Um den CO2-Ausstoß zu reduzieren und den Klimawandel zu bremsen, da baut die Bundesregierung im Bereich Mobilität vor allem auf Elektro- und auf Wasserstoffautos. Beide Antriebsarten, die sind aber nicht ganz unumstritten. Also E-Autos, beziehungsweise die Batterien davon, die stehen wegen der Verwendung von Rohstoffen wie Lithium und Kobalt auf in der Kritik. Und bei der Wasserstoffproduktion werden zurzeit noch große Mengen CO2 freigesetzt und der Wirkungsgrad ist auch ein häufiger Kritikpunkt. Es gibt aber noch eine Alternative, die nicht ganz neu ist, aber irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Der Methanolantrieb. Viele von euch haben sich das Thema gewünscht. Deswegen gehe ich dem Ganzen heute auf die Spur. Also wo liegen die Unterschiede zu Strom und Wasserstoff? Wie funktioniert der Methanolantrieb? Und warum hat er sich bis jetzt nicht durchgesetzt? Das klären wir alles heute und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier. Klicke jetzt schon mal auf Abonnieren, damit ihr kein Science-Video mehr verpasst. Los geht's! In keinem anderen Sektor ist der CO2-Ausstoß in den letzten 30 Jahren so wenig zurückgegangen wie im Verkehrssektor. Bis 2030 sollen durch den Verkehr nur noch 98 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Also knapp 48 Millionen Tonnen weniger als jetzt. Das ist was, was wir erstmal schaffen müssen. Vielleicht könnte dabei ein alternativer Antriebsstoff helfen, nämlich das Methanol. Viele von euch, die haben unter dem Community-Post zu dem Thema schon fleißig kommentiert und diskutiert auch. Das finde ich richtig cool und an der Stelle mal ganz kurz vielen Dank für die ganzen Beteiligungen da. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Ein Auto mit Methanolantrieb wird genau wie so ein Wasserstoffauto elektrisch angetrieben. Es hat also einen Elektromotor und eine kleine Batterie und eine Brennstoffzelle. Um den Elektromotor zum Laufen zu bringen, wird ein Methanol-Wassergemisch getankt. Wie bei einem ganz normalen Tankvorgang mit Benzin oder Diesel auch. Die Methanol-Brennstoffzelle, die sorgt dann im Auto dafür, dass der Elektromotor mit Strom versorgt wird. Im Moment gibt es noch kein Methanol-Auto auf dem Markt, aber der deutsche Ingenieur Roland Gumpert hat vor kurzem so seinen Prototypen, also Nathalie heißt das Ding, vorgestellt. Ab 2022 soll der bzw. die, also Nathalie, eben dann in einer kleinen Serie produziert werden. Der kleine Sportwagen, der kommt mit dem Strom aus der Brennstoffzelle auf 130 kmh. Mit zusätzlichem Strom aus der Batterie soll Nathalie sogar eine Höchstgeschwindigkeit von einfach mal 300 kmh schaffen. Wenn die Geschwindigkeit aber unter 130 kmh sinkt, wird die Batterie mit dem Strom aus der Brennstoffzelle wieder aufgeladen. Solange der Methanol-Tank also voll ist, ist eine leere Batterie kein Problem mehr und angeblich hat der Wagen so eine Reichweite von 800 kmh. Und hier kann ich vielleicht schon mal ein bisschen teasern, ein treuer Zuschauer von Breaking Lab, der ist bei Herrn Gumpert im Team und hat uns connected. Und wenn alles klappt, werde ich in ein paar Wochen nach Ingolstadt fahren und ihn dort persönlich treffen und halt auch das Auto ausprobieren können. Also wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne schon mal in die Kommentare, dann nehme ich die mit da hin. Bevor wir gleich noch auf die Vor- und Nachteile vom Methanol-Antrieb eingehen, schauen wir mal ganz kurz, wie eine Methanol-Brennstoffzelle eigentlich genau funktioniert. Die Brennstoffzelle, die hat den gleichen Aufbau wie bei so einem Wasserstoffauto. Sie besteht aus einer Anode und einer Kathode und dazwischen, da befindet sich eine Polymer-Elektrolyt-Membran. Das ist mit Wasser verdünnte Methanol, das wird dann an der Anode in Wasserstoff und Kohlendioxid geteilt. Das ist sozusagen der Extraschritt bei einer Methanol-Brennstoffzelle und ab jetzt passiert eigentlich der gleiche Ablauf wie in so einer Wasserstoff-Brennstoffzelle. Also das Kohlenstoffdioxid, das wird ausgestoßen und die Wasserstoffatome werden an der Anode in Protonen und Elektronen gespalten. Die Protonen, die wandern dann durch die Membran zur Kathode und die Elektronen, die werden aber nicht durch diese Membran durchgelassen. Deswegen nehmen sie so einen kleinen Umweg zur Kathode, wodurch dann ein Stromfluss außenrum entsteht. So wird dann der Elektromotor angetrieben, beziehungsweise die Batterie wird dadurch aufgeladen. Sobald die Elektronen an der Kathode angekommen sind, verbinden sich jeweils vier Elektronen mit einem Sauerstoff-Molekül und daraus entstehen dann negativ geladene Sauerstoff-Ionen. Die reagieren dann mit den Protonen, die vorher durch diese Membran gewandert sind und am Ende entsteht einfach nur Wasser. Zwei Sachen müssen an dieser Stelle aber nochmal ganz kurz geklärt werden, denn wer jetzt gerade genau aufgepasst hat, der könnte so ein bisschen stutzig geworden sein bei der einen Aussage. Bei der Teilung von Methanol, da entsteht Wasserstoff und halt Kohlendioxid. Und dieses Kohlendioxid oder halt auch CO2 genannt, das wird dabei einfach ausgestoßen. Ist der Methanol-Antrieb dann überhaupt emissionsfrei, könnte man sich fragen. Und wie wird Methanol überhaupt hergestellt? Also beide Fragen hängen tatsächlich zusammen und fangen einfach mal mit der zweiten an. Methanol kann genau wie Wasserstoff schwarz oder grün hergestellt werden, also aus fossilen Brennstoffen und eben aus erneuerbaren Energien. Erstmal ist interessant, dass Methanol aus sehr vielen unterschiedlichen Stoffen hergestellt werden kann. Als Rohstoff kommen zum Beispiel Erdgas, Benzin, aber auch Rückstandsöle der Erdölaufbereitung, Kohle, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff in Frage. Außerdem hat die Herstellung von Methanol schon eine sehr lange Tradition. Früher wurde Methanol zum Beispiel aus Laubholz gewonnen, indem man das dann unter Ausschluss von Sauerstoff erhitzt hat. Dieser Vorgang, der nennt sich Pyrolyse, das habt ihr wahrscheinlich schon in einem anderen Video von mir gehört, da spreche ich immer mal wieder drüber. Heutzutage wird Methanol aber größtenteils aus Synthesegasen hergestellt. Also aus wasserstoffhaltigen Gasgemischen, die für eine Synthesereaktion zum Einsatz kommen. Bei Methanol ist das meist Erdgas, das mit Dampf oder Autothermreformierung gewonnen wird. Das bedeutet, dass es zu einer Reaktion bei sehr hohen Temperaturen und bei verschiedenen Drücken kommt. Und das große Problem bei dieser Art der Herstellung ist, es werden große Mengen an CO2-Emissionen freigesetzt. 2019 ist es dem Chemiekonzern BASF gelungen, eine Methode zu entwickeln, die kein CO2 freisetzt. Dabei wird Erdgas durch eine sogenannte partielle Oxidation zu einem Synthesegas umgewandelt und die entstehenden Abgase mit reinem Sauerstoff verbrannt. Dadurch entsteht nur eine minimale Menge an Rauchgas und das durchläuft dann nochmal so eine Gaswäsche, sodass das enthaltene Kohlendioxid komplett herausgewaschen wird. Ja und das Kohlendioxid, was da rausgewaschen wird, das kann dann aufgefangen werden und für andere Prozesse wiederverwendet werden. Eine Umsetzung von einem solchen Verfahren, zumindest im industriellen Rahmen, wird aber erst in so circa acht Jahren erwartet. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wirklich grünes Methanol herzustellen. Das Verfahren, das kennt ihr schon, wenn ihr öfters hier auf dem Kanal unterwegs seid oder wenn ihr euch generell mal mit der Wasserstoffherstellung beschäftigt habt oder einfach im Chemieunterricht gut aufgepasst habt. Es geht um die Elektrolyse. Das, was in der Brennstoffzelle passiert, das kann nämlich auch umgekehrt werden. Aus Wasser wird zunächst Wasserstoff durch Elektrolyse gewonnen und aus dem Wasserstoff und CO2 aus der Luft kann dann mit angelegtem Strom Methanol entstehen. Das Ganze, das ist natürlich nur dann grün, wenn es sich um erneuerbare Energien handelt, das ist klar, aber das ist halt eine Möglichkeit dafür. Ein Problem ist hier allerdings wiederum, dass die Systeme der Industrie noch gar nicht darauf umgestellt sind. Im Dezember 2019 hat das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme so eine Mini-Testanlage in Betrieb genommen. Und hier will man erstmal testen, wie man grünes Methanol im großen Stil durch Elektrolyse herstellen kann. Und außerdem untersucht man, ob es zu Schwankungen in der Qualität von dieser Methanolproduktion kommt, wenn mal weniger Solarenergie zur Verfügung steht. Und vielleicht da nochmal ganz kurz diese Testanlage, die wurde jetzt nicht ausschließlich für die Methanolnutzung als Kraftstoff gebaut. Methanol, das wird nämlich noch in vielen anderen Bereichen genutzt, zum Beispiel in der Herstellung von Plexiglas, Farbstoffen, Medikamenten oder halt auch, und das finde ich ganz spannend, zum Recyceln von Kunststoffen. Jedes Jahr werden weltweit ca. 100 Millionen Tonnen Methanol produziert. Das ist ähnlich viel wie Wasserstoff, da sind das so 119 Millionen Tonnen, einfach damit man sich das mal vorstellen kann. Und es ist ein super wichtiger Stoff und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Methanolproduktion langfristig nachhaltig wird. Ob Methanol jetzt als Kraftstoff genutzt wird oder nicht, das spielt bei dem Punkt erstmal keine Rolle, weil das halt trotzdem das gleiche Produkt ist. Mit der Herstellung von Methanol beantwortet sich somit auch die Frage, ob ein Auto mit Methanolantrieb überhaupt emissionsfrei ist. Also wenn das Methanol durch Elektrolyse gewonnen wurde, dann würde dafür ja eine gewisse Menge an Kohlendioxid aufgenommen und zu Methanol verarbeitet werden. Der Kohlenstoff, der wird dann sozusagen aus der Atmosphäre genommen und dementsprechend ist das, was das Auto dann wieder abgibt, das gleiche und damit ist das Auto im Endeffekt emissionsfrei. Also man kann sagen, dass Nathalie von Roland Gumpert, also dieses Auto, momentan noch nicht emissionsfrei ist, aber das kann sich natürlich gut ändern, wenn da ein bisschen mehr rein investiert wird. Kommen wir mal ganz kurz zu den Vor- und Nachteilen von diesem Auto mit Methanolantrieb. Ein Vorteil ist natürlich die Reichweite, die soll bei 800 Kilometern liegen, was tatsächlich ganz schön viel ist. Das ist ein direkter Vergleich mit E-Autos immer so ein bisschen schwierig, weil es halt super viele Modelle, Hersteller gibt und große Unterschiede. Aber einfach mal um eine Zahl zu nennen, das Tesla Model X, das schafft 574 Kilometer und ist da schon wirklich in der Spitzenklasse. Außerdem kann die Methanol-Brennstoffzelle in jedes Automodell eingebaut werden, was ein großer Vorteil ist. Also ob es jetzt ein Kleinwagen oder ein LKW ist, ist da eigentlich relativ egal. Neben der Reichweite ist natürlich auch die Lade bzw. diese Tankzeit ein großer Vorteil gegenüber E-Autos. Denn ähnlich wie bei so einem Verbrenner oder halt auch bei einem Wasserstoffauto geht das Tanken super schnell. Also beim Modell Nathalie, da dauert so ein Tankvorgang drei Minuten. Das ist schon ziemlich flott im Vergleich zum Laden von so einem Auto. Das Ganze hat aber auch noch einen Vorteil im Vergleich zu Wasserstoffautos. Und zwar liegt das an der Infrastruktur, also insbesondere den Tankstellen. Denn ähnlich wie Benzin oder Diesel ist Methanol bei Temperaturen von minus 97 bis plus 64 Grad Celsius flüssig. Das könnte also an den gleichen Tankstellen getankt werden. Und bei der Handhabung, Speicherung und bei dem Transport könnte man im Grunde auch bewährte Technik zurückgreifen. Man müsste also nicht wie beim gasförmigen Wasserstoff komplett umrüsten. Und nur mal zum Vergleich. Die Kosten für so eine Wasserstofftankstelle, die belaufen sich zurzeit auf circa eine Million Euro. Um 14.000 Tankstellen mit Methanol-Zapfsäulen auszustatten, würden dagegen nur 30 Millionen Euro anfallen. Das macht umgerechnet gerade mal knapp über 2000 Euro pro Tankstelle. Und das ist ein ziemlicher Schnapper. Und diesen entscheidenden Vorteil hat der Chemie-Nobelpreisträger George Ola schon vor 15 Jahren erkannt. In seinem Buch hat er sich 2006 ganz klar für eine Umstellung auf Methanol und gegen Wasserstoff ausgesprochen. Dabei sind vor allem zwei Argumente für ihn ausschlaggebend. Zum einen, dass wir eben keine Umrüstung der Infrastruktur vornehmen müssten. Und zum anderen, dass wir CO2 aus der Atmosphäre filtern könnten, um an grünes Methanol zu gelangen. Argumente, die definitiv nicht so leicht von der Hand zu weisen sind. Aber, ihr kennt das ja aus meinen Videos, jetzt kommen wir zum großen Aber und schauen uns mal die Kritikpunkte an. Denn natürlich gibt es auch einige Nachteile beim Methanol. Und einer davon ist, Methanol ist hochgiftig. 5 bis 10 Milliliter reichen aus, um eine schwere Vergiftung zu verursachen. Ab 100 Milliliter kann man daran sogar sterben. Auch das Einatmen und die Aufnahme über die Haut sind schon toxisch und können Übelkeit und Schwindel auslösen. Das könnte beim Tanken auf jeden Fall zu einem Problem werden. Jetzt kommen wir mal zu den Wirkungsgraden. Da haben ja viele im Community-Post schon arg drüber diskutiert und zwar ein sehr wichtiges Thema. Und wenn ihr den Post noch nicht gesehen habt, dann liegt das bestimmt daran, dass ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Also klickt jetzt gern mal auf Abonnieren und auf die Glocke und vergesst auch nicht bei Instagram vorbeizuschauen. Und jetzt die Wirkungsgrade. Also, wenn wir vom Wirkungsgrad sprechen, dann müssen wir da einen Unterschied machen. Zum einen geht es um den Wirkungsgrad bei der Methanol-Synthese, also der Herstellung von Methanol. Und zum anderen um den Wirkungsgrad der Methanol-Brennstoffzelle selbst. Außerdem unterscheidet man zwischen dem theoretischen oder idealen Wirkungsgrad und dem realen oder auch energetischen Wirkungsgrad. Ich weiß, das klingt auf den ersten Blick jetzt nach sehr viel, aber wir arbeiten das mal ganz kurz Schritt für Schritt ab. Beim energetischen Wirkungsgrad wird berechnet, wie viel Energie steckt eigentlich zunächst in den Brennstoffen, die in das Auto getankt werden. Und diese Energie, die wird dann mit der elektrischen Energie, die erhalten wird, verglichen, um dann zu gucken, wie groß ist der energetische Unterschied. Der theoretische Wirkungsgrad gibt an, wie viel von der Energie, die ich tanke, kann unter idealen Voraussetzungen in elektrische Energie umgewandelt werden. Das Wort ideal, das ist hier entscheidend. Also, die Umstände sind nicht real. Der ideale Wirkungsgrad ist vor allem für die Forschung und die Vergleichbarkeit relevant. Denn im Alltag spielen so viele Faktoren da mit rein, die nicht berechenbar sind, die aber eine große Rolle spielen, sodass sich der reale Wirkungsgrad von Auto zu Auto oder halt auch von Fahrt zu Fahrt verändert. Ein Benzinmotor hat beispielsweise bei Volllast einen Wirkungsgrad von 25%. Wenn man mit dem Auto aber in der Stadt fährt, kann der Wirkungsgrad sogar auf unter 10% fallen. Damit man verschiedene Antriebe oder Systeme vergleichen kann, bleibt man beim theoretischen Wirkungsgrad. Beim Wirkungsgrad für die Methanol-Synthese muss man zunächst zwischen den verschiedenen Möglichkeiten zur Herstellung von Methanol unterscheiden. Also, bei der Herstellung durch Synthese mit modernen Katalysatoren und aus Stoffen wie Kohle, Ölschiefer, Biomasse oder Bioabfällen, kommt man auf einen theoretischen Wirkungsgrad von bis zu 85%. Dabei handelt es sich aber nicht um grünes Methanol. Das ist nochmal wichtig. Also, es entsteht dabei CO2. Bei der Methanol-Synthese durch Elektrolyse bzw. das Power-to-Liquid-Verfahren, da liegt der theoretische Wirkungsgrad bei so 50 bis 58%. Der Wirkungsgrad von Wasserstoff durch Elektrolyse, der liegt im Vergleich bei so ca. 60 bis 80%, also ein bisschen höher. Je nachdem, welches Elektrolyse-Verfahren man wählt, bekommt man etwas höhere oder etwas niedrigere Wirkungsgrade heraus. Also, das heißt, da ist noch ein bisschen Spielraum mit drin. Aber halt nicht nur der Wirkungsgrad bei der Methanol-Herstellung ist entscheidend. Es kommt natürlich auch darauf an, wie gut Methanol beim Antrieb des Fahrzeugs genutzt werden kann. Der Wirkungsgrad von dieser Methanol-Brennstoffzelle, der liegt gerade mal bei so 20 bis 30%. Und nur, um das mal ins Verhältnis zu setzen, also bei einer Wasserstoff-Brennstoffzelle sind das so 58%. Es gibt mehrere Faktoren, die zu dem vergleichsweise schlechten Wirkungsgrad führen. Also, ein großes Problem ist die sogenannte Methanol- bzw. Wasserpermeation. Das bedeutet, dass die beiden Flüssigkeiten durch die Membran in der Brennstoffzelle fließen. Eigentlich sollte das nicht passieren, denn im Idealfall gelangen nur die Elektronen durch die Membran. Aber dadurch, dass ein Konzentrationsunterschied zwischen Anode und Kathode herrscht, diffundieren Wasserstoff- und Methanol-Moleküle durch die Membran auf diese Kathodenseite. Das war jetzt ein bisschen kompliziert, aber nur noch mal ganz kurz zur Erklärung. Also, diffundieren bzw. Diffusion bedeutet, dass sich Teilchen gleichmäßig aufteilen und es dadurch zu einer Vermischung von zwei Stoffen kommt. Der eine oder andere kennt das vielleicht noch aus meinem Video zu dem Osmose-Kraftwerk. Ja, und das wiederum, das führt dazu, dass Brennstoff verloren geht und sich ein Mischpotenzial an der Kathode bildet, dass die Spannung in der Brennstoffzelle verringert. Ein weiteres Problem ist, dass sich der Katalysator viel schneller abnutzt als bei anderen Brennstoffzellen. Er wird von Stoffen wie Karbonsäure angegriffen, die bei der Spaltung von Methanol in Kohlenstoff und Wasserstoff entstehen. Damit es nicht mehr zu so viel Leistungsverlust kommt, wird an unterschiedlichen Membranstoffen geforscht und überprüft, welche Stoffe sich am besten als Membran oder Katalysator nutzen lassen. Also, man muss hier mal ganz kurz sagen, das Ganze ist halt noch in der Entwicklung. Wir sprechen ja gerade davon, dass es ein sehr, sehr kleines Forschungsfeld ist. Das heißt, da ist auch noch Potenzial drin. Das darf man, finde ich, dabei nicht vergessen und auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Viele von euch, die wollten ja auch wissen, wie viel Methanol kostet und ob es günstiger ist als Benzin oder Wasserstoff. Die Frage ist leider gar nicht so ganz leicht zu beantworten. Denn Methanol wird zwar in großen Mengen produziert, aber ist für den alltäglichen Gebrauch als Privatperson einfach noch nicht verfügbar. Wenn man Methanol für gewerbliche Zwecke kaufen will, kostet der Liter so zwischen 1 bis 3 Euro. Das hängt natürlich etwas davon ab, wie viel man kaufen möchte. Dabei handelt es sich aber um Methanol aus fossilen Brennstoffen. Der Vergleich mit E-Autos oder Wasserstoffautos ist deswegen natürlich ein bisschen schwierig und es fehlen viele Informationen. Aber ich hoffe zumindest, dass ich das klären kann, wenn ich dann vor Ort bin und wir das Ganze vielleicht mal vor Ort einfach rechnen können und schauen können, was es denn so circa kosten würde, auch wenn das natürlich ein Stück weit Spekulation ist. Es gibt im Vergleich mit E- und Wasserstoffautos aber auch einige Vorteile, die ich hier auch nochmal erwähnen will. Also ihr seht schon, dieses Thema ist einfach extrem komplex und ich versuche, das so breit wie möglich zu bearbeiten. Und ich hoffe einfach mal, dass viele von euch noch dran sind. Also berechtigterweise haben viele von euch gefragt, warum die Regierung die Forschung an Methanolantrieben und auch deren Verbreitung nicht mehr unterstützt. Und diese Frage, die kann ich natürlich nicht direkt beantworten. Es kann aber gut sein, dass der geringe Wirkungsgrad mehr ins Gewicht gefallen ist, als die Vorteile der größeren Reichweite oder die geringen Kosten für die Umstellung der Infrastruktur. Dem Bundesverkehrsminister Scheuer ist tatsächlich dieses Konzept von Roland Gumpert jetzt auch über den Weg gelaufen und er möchte sich damit jetzt auseinandersetzen. Das heißt, es könnte sein, dass da demnächst mehr Unterstützung reinkommt und vielleicht bekommt der Methanolantrieb dann doch noch politische Unterstützung. Und im Endeffekt ist es halt so wie bei allen Prozessen, die was mit Forschung zu tun haben. Also erst müssen einige Pioniere vorausgehen, haben sie dann einen Erfolg, dann kriegen sie ein bisschen Aufmerksamkeit und dann kommt vielleicht Unterstützung aus der Politik. In der Politik ist es selten so, dass das Ganze andersrum ist. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Also der Wirkungsgrad bei der Herstellung, der ist zwar in Ordnung, aber der Wirkungsgrad bei der Methanol-Brennstoffzelle, der ist noch sehr schwach im Vergleich zu Wasserstoff-Brennstoffzellen. Aber besonders der Transport und die Lagerung von Wasserstoff, die sind aufwendiger als die von Methanol. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Vorteil für Methanol. Und wenn man beides grün herstellen will, dann ist die Herstellung zumindest ungefähr gleich aufwendig. Und bisher fehlt uns für die Herstellung von grünem Wasserstoff und auch für den grünen Methanol die Infrastruktur. Einen großen Pluspunkt für Methanol gibt es wiederum bei der Umrüstung von Tankstellen, denn die ist weitaus weniger kompliziert als bei Wasserstoff. Und auch bei der Reichweite schneidet zumindest der Wagen von Roland Gumpert besser ab als E- oder Wasserstoffautos. Und jetzt rede ich die ganze Zeit über das Thema Mobilität und hier gibt es ein interessantes Event mal wieder. Es gibt einen Livestream, wo ich zu Gast bin am 18.06. Schaltet da gerne ein, denn da bin ich in Heilbronn und es geht um die Frage, was soll man eigentlich studieren? Und das Coole ist, in Heilbronn wird zum Beispiel an Mobilität geforscht, an autonomem Fahren, an Wasserstoff. Das heißt, thematisch ist das sehr, sehr nah und ihr könnt da wieder live Fragen stellen an die Expertinnen und Experten, die vor Ort sind. Und was halt ganz cool ist, es wird die Frage geklärt, was soll man eigentlich studieren? Und ich wette, dass ein paar von euch gerade bei der Entscheidung dabei sind. Das heißt, schaltet auf jeden Fall ein, alle Infos findet ihr in der Infobox. Und ich würde sagen, schreibt mal eure Meinung zum Thema Methanol, Brennstoffzelle in die Kommentare und wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.